Ja, das bist du, warte Jügel. Rechte Rufe, wenn du. Ich bin froh, Teenager-Wanderer. Äh, gut. Jetzt hätte ich nicht schnudeln, sondern ich würde spielen. Ähm, gut. Sie sehen auf der Bühne, endlich mal eine Schülerin. Es heisst, wenn ich die Abzeuge... Die Abzeuge sind aus dem Raum, das ist ein bisschen schade, aber es überwicht schon. Ähm, und, äh... Die Zone war leider auch stark diese Woche. Dann war die Probe, aber sie ist jetzt wieder erstark da. Und wir spielen übrigens die zweite letzte Zone. Das ist eine Zone, die Steffi im Alleingang geschrieben hat. Und das ist heute ebenfalls das erste Mal, dass wir so zusammenspielen, inklusiv ein Lead-Gitarrist. Mit einer Rhythmus-Gitarristin. Das war's Crossroad. 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 Mit einer Rhythmus-Gitarristin. Das war's Crossroad. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018